Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Lucky Blocks Video und zwar machen wir diesmal wieder ein Lucky Blocks Wettrennen und mit dabei ist die und wir machen diesmal wieder ein Lucky Blocks Wettrennen, hatte ich ja schon mal gemacht unten in der Videobeschreibung findet ihr die Playlist, dann könnt ihr euch das erste Video angucken und zwar haben wir in der ersten Folge haben wir das mit gelben Lucky Blocks hier gemacht und diesmal machen wir es mit blauen Lucky Blocks in der 1.7, also mit Lucky Blocks Blue und wer die Map noch nicht kennt, das ist jetzt hier so eine kleine Minigame Map und zwar baut man jetzt die Lucky Blocks von hier bis ganz nach hinten ab und wer zuerst ganz hinten angekommen ist, der hat einfach gewonnen und das Ziel ist halt, dass man am wenigsten stirbt, damit man schnellstmöglich nach hinten kommt und das machen wir jetzt einfach mal und ich würde sagen, es geht direkt gleich los, wenn der Mali wieder gekommen ist warum auch immer der jetzt runtergefallen ist, also verstehe ich nicht ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung also, ganz schlimmer, Kerl okay, au, hey, hier hab ich doch geschlafen hier hab ich doch geschlafen, oder? hell nein achso, hier hab ich geschlafen, ups ich hab hier geschlafen hey, ich hab hier geschlafen oh man, ich weiß nicht, wo er fällt ich hab hier meinen Stone Point ich hab hier meinen Stone Point ihr beide denn ich hab hier meinen Stone Point dann hab ich hier auch meinen Stone Point warte, dann schlafe ich hier drüben weil manche direkt Chaos hier so, ich schlafe jetzt auch noch hier ich bin richtig ey, du bist doch seltsch so, jetzt okay, das Ding kann beginnen okay, 3 2 1 1 und los! oh Gott, der TNT oh lol ich bin direkt in die Luft geflogen oh mein Gott ich hatte ja so einen Creeper ja, ich glaub auch jetzt warum öffne ich die Kisse? das bringt doch eh nichts oh mein Gott, Steal oh shit bist du dumm, Steal ich hab überlebt ich hab überlebt du bist durch durch Steal was geht hier ab, ey Dej du darfst dich schon wieder gewinnen oh Gott nein oh Alter, ein mega Slime der Hölle nein oh mein mein Gott, geh weg Spinne der Hölle geh ich mach Timers in Null oh nein oh mein Gott weil ich hab bei mir erstmal ein Milliardmonster oh mein nicht, bitte ich bin der Hölle ich bin der Hölle einfach oh creepy oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh ein mega Slime der Hölle und Diamanten wie ist ein Schweine? ich bin weiter nein wie dumm bin ich denn? ich komm durch ich komm durch das Ziel ist nein nicht oh ich hab ne Widerhose ne Lucky Länge zu oh mein Gott das will ich nicht oh ich bin schon ganz weit vorne oh mein Gott es ist unglaublich ich hab ne Lucky Blocks Pyramide in der Lucky Blocks Pyramide drinnen oh man, da ist irgendwo ein Guest oh nein oh nein oh nein oh Gott ich muss jetzt mit der Hand abbauen mit der Hand muss ich jetzt durch Gitter abbauen durch Gitter abbauen Mann ich fick immer runter was ist denn das hier man und wenn ihr öfter so Lucky Blocks Videos sehen wollt dann lass einfach ne positive Bewertung hier da und dann sehen wir das und unten in der Beschreibung ist ne Playlist von allen Lucky Blocks Videos da könnt ihr auch mal vorbeischauen wenn ihr die anderen Lucky Blocks Videos noch nicht kennt oh man ich muss mich hier durchbauen nein oh Mann ich bin gestorben oh Mali ist gestorben war gut hey Gold könnt ihr meinen Kanal abonnieren oh mein Gott ich kam nicht durch diese scheiß Gitter da ich will doch leben ja er hat mich beleidigt dann wusste ich Eigenwerbung mal ich hab mich gar nicht beleidigt ich hab gesagt du bist gestorben ok das ist auch etwas ähnliches Mali scheiß Gitter die legt sich wie Magma Gupe der Hölle an und stirbt einfach warte ich bin so schlecht und ich bug jetzt hier bitte jetzt bin ich durch das kann nicht sein dass ich jede Lucky Blocks ne Challenge hier verliere dieser Übersnipe alter oh nein ich schon wieder immer ich oh oh nein oh Mann ich renne jetzt einfach durch hier oh oh Gott ich bin in die Grube der Spinnen gefallen oh nein ich bin weg von mir das ist unfair meine ganze Basis hier zerstört oh Gott da ist ein Megaslime den Slime will ich nicht den will ich nicht mit dem will ich nicht zusammenleben oh Mann oh Gott nein was soll ich diese Fiekse nein Mann ich bin vergiftet Scheiß Witch ähm heißt das alles wir noch nie gestorben sind was oh ich esse jetzt einfach um ok Gold ab ich weiß nicht ob das schminkt aber dann ach du scheiße Junge sind da viele Spinnen mann ich muss einfach mal durch dieser scheiße Witch nein jetzt schaffe ich es jetzt habe ich den Lauf 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 oh nein Mann ich bin fast durch da ist Bob jaaaa oh mein Gott Bob likes you ja oh Mann Bob liebt mich echt oh mein Gott ich bin durch nein der kann es nicht schaffen nein ist sowas möglich ich habe die Fackel abgebaut nee nee hast du nicht doch hast gar nicht ohne Witz hast du nicht hast du gar nicht was ist das hast du nicht doch hast du nicht ich bin einfach durch oh Speedrun Speedrun Mann Mann der Bob war auch der Bob war auch Mann was ist das ich habe eigentlich schon gewonnen aber irgendwie echt du hast schon gewonnen funktioniert die Scheiße bei mir nicht aber ich glaube ich ich glaube ich bin der Erste der gewinnt Mann das kannst doch nicht sein das ist scheiße einmal gewinne ich und dann funktioniert das nicht so jetzt muss ich nun dann abschießen dann hilft auch nicht ah ne ich schaff das Jam & Run hier nicht jetzt aha Mali aha aha oh mein Gott ich habe einen Lauf der Hölle mein Gott immer noch immer noch Alter schießt der mich ab mit so einem Gammelboden das kannst du da jetzt einfach ab das kann es nicht sein Mann du Hund ich war durch ich war einfach nur durch das musste ich machen Mann nee oh Mann ich weiß ich ermorde mich gleich selbst mit Lava es kann ich nicht überleben geh weg das geht nicht schieß den Auge ab ja es geht nicht es geht nicht aber ich habe gewonnen Steel ist Zweiter ja ich will ja ja der ist Zweiter der Steel genau ich war hier als Erster ja 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 du warst gar nicht komm schon ja ok du warst da ich weiß auch nicht warum das nicht funktioniert oh guck mal jetzt aber ich werde Zweiter geworden muss ich eigentlich die Sonderbläcke auch kaputt machen äh ne ja Nunan guck mal Nunan komm mal ganz kurz wir sind eh gleich stand hoch komm mal her war ich ein Geschenk für dich ich muss irgendeinem Heim zahlen dass er mit mir was angetan hat ja ja und was war denn das für ein Megatrank der Hölle ich habe ihn an Lucky Paul in die Fresse geworfen was stiehlt man direkt ist ja höllisch ja ich muss ich hole dich noch heim du Schwein direkt in die Fresse nein ja ich kill dich du so ich zersprenge einfach mal alles bei mir ich kill dich einfach so komm ich mach die Map jetzt einfach kaputt YOLO hahaha ich komm durch YOLO YOLO wetten ich werde dritter Dej ich wette aha okay der kam vor mir den letzten Platz ja ja oh Gott die fliegt die fliegt yes ich muss außen lang haha okay ich guck mir das jetzt an kill ihn kill ihn kill ihn kill ihn ja hey 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 oh mein Gott hat aber noch eine Ender Perle waaat ja ich hab gewonnen waaat waaat nein das gibt's nicht dritter okay Dej ist letzter ich schaff's aber noch nun alles dritter Stil ist zweiter und ich bin der Erste ich schaff's noch feierliches Ding guck mal hier mit der Togli ihr seid dafür die Sieger doch ich bin der Sieger der reilen Herzen hier der reilen Herzen der reilen Herzen okay lol ich hab Stil einfach unsichtbar besucht oh das war eine richtig spannende Aktion muss man trotzdem sagen am Ende das war echt mega spannend das war echt dick ja ich hatte einfach so einen Lauf wo ich dann einfach nie gestorben bin das war echt krass deswegen war ich auch so schnell durch ja ja Mali du hast doch Game on 1 besessen haha flyhack 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 komm ran mit der Holzschaufel oh Gott ich lege rum Dej heute wieder richtig lustig unterwegs ich lege ich bin runtergefallen okay Leute das war's von diesem Video vom Lucky Blocks Wettrennen sagen wir einfach mal und wenn ihr sowas öfter sehen wollt dann lass auf jeden Fall eine positive Bewertung da und der Stil und genau und eine Sache hab ich noch zu sagen Oh Gott musste ich mal kurz unterbrechen lasst mal den Daumen hoch da bzw. schreibt es in die Kommentare ob ihr so eine PvP Version davon sehen wollt das heißt dass man den anderen auch abschießen darf mit den Sachen die man hat so wie ich das einmal gemacht habe so wie nur was am Ende gemacht hat genau also ich glaub das ist einfach mal ein bisschen lustiger genau stimmt schreibt es in die Kommentare oh und abonniere meinen Channel für mehr Nachgebenlautvideos einfach so ne richtige Fall stimmt du Drecksau ich muss dich weghauen jaaa ok Leute dann sehen wir uns im nächsten Video tschau Leute jaau tschau tschau jaau 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 jaau